Willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Ultimate Chicken Wars. Kann das mittlerweile. Und letztes Mal haben wir Pyramiden total überlastet. Aber heute musst du es noch mal spielen. Fragezeichen. Scheinlich neue Map oder irgendwas. Aber jetzt müssen wir uns erstmal nach oben bauen. Nimmst du das obere? Ich das untere. Hab das denn gereicht? Guck mal neue Karte. Ah jetzt. Gibt es am Ende eine Folge dann noch neue Karte? Seid schon mal gespannt. Oh Cedric, ich höre dich grad nicht mehr. Hallo, hallo. Philipp? Alles klar. Dann hättest du das ausgegangen. Ist wieder eingegangen. Kommen wir alle. Alles klar. Oh, das hatten wir lange nicht. Alter, hat mich das grad erschrocken. Da hast du kurzen Schrecken gekriegt. Kannst du noch was tun? Alter! Oh, da ist eine Münze. Da war es zu gierig. Ne, ich habe Shift gedrückt gelassen. Trotzdem war es zu gierig. Ich habe das Holzbrett jetzt dreimal angeklickt. Deine Angst! Nein! Warum? Zu Recht. Wer mich auslacht, der hat gestraft. Warum startest du als Erster? Ich vergesse das immer wieder, dass das so ein blödes Ding ist. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Echt? Ja! Das schaffe ich nicht mehr. Die Map, die liegt mir irgendwie. Mann, gib mir doch was zum Schießen. Ich will was ausprobieren. Ich kann das schon wieder nicht einsammeln. Ich habe das Bier kaputt. Was ist mit meinem Internet gerade los hier? Ich bin gesprungen, der hat nicht, der ist nicht gesprungen. Oder mein Server tut es dir nicht zulassen. Wer? Ich muss verhindern, dass du verlierst. Äh, gewinnst. Danke, dass du verhinderst, dass ich verliere. Irgendwie renne ich hier mit einem Tempo durch. Was? Oh! Nein! Ah! Waaaaaah! Ein Stück von Schipsy. Ja! Okay! Alles klar! Ah! Kick, kick, kick! Ist ja auch fix! Windmühle würde ich sagen. Ah, Windmühle! Ah, Windmühle! hey aber hier hier drüben hier also also hier drüben da ist ein fragezeichen ach das ist die map die ist lustig sie bewegt sich wo geht es denn los unten da unten geht es los hier kannst du dort wo ich gerade bin da kannst du stehen alles klar ich bin tot das ist meine meinung dazu da drinnen bist du auch tot da kannst du zwar in der in der wand trenner hochspringen auch das ist runterfallen ich hätte mir mal immer erzählen sollen du musst dich wirklich sehr schnell vom stort wegbeweben machte ich mal nach unten ja warum ich bringe ich da immer deine ernst denk ich schon irgendwie gefällt mir die mädchen zu sich hören ja wir müssen die doch lernen das ist jetzt schon fach Ich rühre mal die Gsaune, ja? Jawohl! Das stimmt gar nicht im Leben, dass du das Ding doch in die Gsaus hast. Das war meine Devise! Nein! Nein! Das habe ich wohl nicht geschafft. Ernsthaft? Ach so! Was? Das macht natürlich Sinn. Oh, tschüss! Ich werde mal runtergesprungen. Ehrlich. Ähm... So! So! Wir müssen es definitiv schwerer machen! Wir sind... Wir sind... Wir sind überhaupt schon Fallen drin? Ne, ne? Ne, Türen! Das ist doch keine Falle, da kannst du ja nicht dran sterben. So einfach! Keine Punkte! Weh! Weh! Und... Fuck! Fuck! Du hast recht, es ist schwerer. Kannst doch drinnen springen, ne? So! Ich dachte, da bin ich einfach so übrig rein da! Ne, ne! So! So! Dann geht's mir mal runter. So! So! ich bin tot woran bist du gestorben? ich bin runtergefallen hier kommt man nicht durch ich bin einfach nur abgestürzt ich komme ja nicht durch so schnell gefüllt man von ganz oben nach ganz unten gefallen der typ bestoppte Setwits in der langanwärmende Kampf wieder nach oben zu schaffen hmmm halte BM aufzugeben ist ein Tütsch nicht machbar hm jetzt ist es machbar hängst dran genau so ja ne genau so what the fuck warum dreht sich das eigentlich jetzt nicht? cool du bist denn du eigentlich dran gestorben? ich bin über das Eis ohne Beschliffung mach dich runter dein Ernst du musst wieder irgendeine Taster drücken damit es dann wirklich bläm bleibt ne du brauchst dir nur den Honig du brauchst dir nur den Honig ne 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 d ich wusste gar nicht das die so eine große Reichweite hat beswaret Ap hy e� ach das wollte ich gar nicht hinsetzen Geht es überhaupt noch? Wo bin ich denn jetzt lang? Hä? Wo bin ich denn? Wo bin ich jetzt gestorben? Wir müssen einfach nur noch verfolgen Ok Das war nicht so geplant Ich hab kurz mal geguckt ob die Aufnahme noch läuft Da war mal kurz tot weg, weil ich rausgetopft bin Das macht einiges leichter Ja, vor allem nicht Rumscha freigeschalten, Talentsuche Nee, das macht überhaupt nicht leichter, wenn dieses scheiß Ding ja noch da ist Jetzt spring Was? Jetzt spring Frecke Ja Nee Nicht gut Ja, fall runter Ich hab gedacht, du schaffst das nicht Und dann habe ich gesehen Das liegt auch noch einen Punkt vor Eine letzte Runde Auch wenn ich die jetzt nicht gewinne, dann bin ich am Sack Da muss das schon sein Wer gewinnt, der hat Die besten Chancen Ich glaub ich bin tot Aber da kann sich auch irgendwie leb ich nicht mehr Also ich denk mal ich bin tot Wie machst du das hier? Links rum Links rum Philipp hat gewonnen Warum hab ich den Shift gedrückt? So, wir sind bei 16 Minuten in dieser Folge Ja Aus, weil, oder tun wir noch schnell wenigstens das Zeug einbinden Also meines Erachtens nach können wir hier an der Stelle Kart machen Kart machen Dann bis zum nächsten Mal bei Ultimate Chicken Horse Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Willst du jetzt nochmal, oder, Junge? Bei den Credits Funktioniert nix